Hallo, Rumtasting by La Galana. Was mag das wohl sein? Nun ja, wir werden ein paar ganz feine Rumsorten aus Kuba verkosten, zum Beispiel diese hier, Siete Villas. Wir lernen, wie wir das erste Aroma wahrnehmen, es dann hier ins Glas schütten und dann den Geruch oder den Duft im Glas noch mal anders wahrnehmen. Sehr lecker. Und dann, der nächste Moment ist das Verkosten auf der Zunge im Gaumen. Ein bisschen Schärfe ist hier drin, auch wenn es Vanillearomen gibt und ein bisschen Holz. Das Ganze kann man natürlich dann auch mit einem anderen Rum, einer anderen Güte, einer anderen Geschmacksklasse probieren. Das ist eher ein Rumlikör, der Elixir, den ich sehr, sehr schätze. Der hat auf jeden Fall sehr starke Vanillearomen und ist eben etwas süßlich, 38 Prozent. Ich mag den sehr gerne, aber welcher euch besser schmeckt von diesen ganzen Rumsorten, die ihr bei uns probieren könnt, das ist ja nur eine kleine Auswahl davon, das müsst ihr selber entscheiden. Ihr lernt bei uns jede Menge über die Geschichte des Rums, über die Herstellung und viele spannende Anekdoten aus Kuba. Kommt vorbei, macht mit beim Rumtasting. Zum Wohl, Salud!